Wir haben jetzt schon eine Weile auf diesem Pfad gespielt. Könnt sein, dass das hier ein Boss ist. Jetzt noch ein Boss, ne? Dreh ich durch. Da hinten ist Nebel. Gibt es das Ding mal in einer Hand? Was ist los mit mir? Hi! Ich mag dich nicht. Tschüss. Eine Cutscene. Da kein In-Game-Sound vorhanden ist, werde ich das Ganze jetzt professionell nachsynchronisieren. Der Controller. Der hat eine Axt als Schwarz. Hi! Na? Aioioi, da haben wir einen Boss. Na? Kollege. Schmeißt du so die Brügel raus, dass du nie wieder aufstehst. Oh, ich habe mir die Axt abgehauen. Ich habe die Axt sogar bekommen. Hä? Aua. Die helle Bade? Hul ich mir auch noch, mein Freund. Die hole ich mir auch noch. Groll? Oh, fuck. Ich sollte ihn markieren. Dann wird es höchste Zeit. Okay. Verpiss dich. Oh, Gott. Estus, 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 Estus. Verpiss dich. Kann ich, kann ich... Was? Zwei? Oh, nee. Ich hasse das. Bitte nicht mehrere. No way. Jetzt bin ich gefickt. Oder? Schau mal. Der eine hat schon Leben abgezogen. Da, ja, klar. Der Spannung auf Feuer. Da. Voll auf mich drauf. Und der nächste geht mir böse. Okay, okay. Hui. Ah. Jump. Hui, ui, 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 ui. Ach. Jetzt, jetzt. Jetzt habe ich einen Bezug zu den Glocken. Aha. Okay. Trink, trink, trink. Der gibt mir jetzt auch mal ins Maul. Ich bin ausgewichen. Das sind zwei. Okay. Bro. Okay. Aber, für den First Try und dafür, dass ich noch keinen blassen Schimmer hatte, war das nicht schlecht. Okay. Es geht weiter. Am nächsten Tag stellen wir uns mal wieder dem Boss, den zwei Greifen, die komischerweise eine von ihnen zumindest fucking Feuer speien. Hi. Ah, fuck, ich habe keinen Estus genommen davor. Ah, das ist gerade bei dem Boss halt. RIP. Okay, tschüss. Du schnensch. Was ist hier, der? Wer ist hier schuld? Der schnensch nicht, oder? Okay. Estus. Und. Ah, das war zu früh, oder? Ging. Ah. Was war das? Ich will ihm den Schwanz abhacken. Ah. Okay. Okay. Ah, okay. Okay. Ah. Ich, okay. Das war ein First Try, der, ja. Okay. Es ist ein schwieriger Boss. Okay. Hi. Na? Ah. Ei. Weil das mal nicht ein Dodge war. Und Dodge. Und Dodge. Und doch nicht. Ich wollte mich ausziehen für den Bosskampf, ne? Halt ihm gerade einen. Nein. Nein. Drecksmarkierung. Woo. Woo. Warum leuchte ich? Warum zum Fick leuchte ich? Ah, ich finde das ja schön, aber ich bin tot. Ach, das Markierungssystem. Okay. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Okay. Vielleicht Lenden. Ja, das Lenden tut das. Das möchte ich eigentlich haben. So. Hm, vielleicht noch ein bisschen was. Was noch geht. Ohne irgendwie was zu behindern. Ich glaube, das ist auch noch schnell. Ich glaube, das ist auch noch schnell. Ja. Okay. Hi, Kollege. So, das war eine Dodge Roll. Fuck. So, weg. Das war schon ein ganz guter Schaden für den Anfang. Rolle. Und Rolle. Nein, ich wollte rollen. Roll doch. Nein, weg. Das war die falsche Richtung. Ich sollte mich echt konzentrieren, wenn ich gegen ihn kämpfe. Da hinten liegen irgendwie 1000 Seelen, kann das sein? Eigentlich werde ich sie sowieso verlieren, glaube ich. Ja, es waren sogar über... Es waren fast 2000. Cool. Das war eine scheiße Idee, die Attacke auszugehen. Gegen den ist eh nicht so mit der Attacke. Fuck. Jetzt macht er nochmal. Ich vollidiot. Warum bin ich so ein Idiot? Macht er vier Attacken nacheinander? Alter, Bro. Aber ich sehe schon mal eine Wendigkeit, wie sie zugenommen hat. Das ist super. Und du kleidest dich besser. Rolle. Oh, jetzt kann er noch ein. Uiuiui. Tschüss. Ja, hey. Okay. Tschüss. Rall, 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 rall. Und jetzt geht mir nicht böse. Okay. Das lief gut. Wollte er mich gerade mit seinen Klauen? Ich war im Arsch der Welt, Junge. Oh. Und. Rolle. Na? Fuck. Okay. Aber. Bis dato war es nicht ganz Facepawn. Oh, fuck. Okay. Das war Facepawn. Aber ich glaube, ich habe keinen Schaden genommen. Weil ich direkt schon regeneriert habe. Mega. Weniger. Also. Ja. Fuck. Er macht nochmal. Ah. Das war ein bisschen gekriegt. Fuck. Ich sollte ihn markieren. Das war unerwartet. Die Attacke jetzt von ihm. Was zum Fick tut er da? Muss man dir schon wieder den Schwanz abschneiden? Wie seltsam das vor allem ist, dass ich gegen ihn mit seinem eigenen Schwanz kämpfe, den ich mir eigentlich abgehackt habe. Und er immer noch hat. Er ist nachgewachsen, Kinder. Oh, fuck. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, ich Idiot. Ah, gut. Nach und nach. Alles ganz entspannt. Wir haben noch fünf Tränke. Ganz entspannt. Alles noch möglich. Müssen wir schauen. Positionsmäßig. Wenn ich ihn ordentlich runter habe. Und spotter nämlich hinter mir. Der Zweite. Wenn ich hier stehe. Dann ist das unvorteilhaft. Trink. Okay. Ich weiß, dass du runter kommst. Du unsympathisches Mistvieh. Ah, unsympathisch bist du. Unsympathisch. Mistvieh. Ah. Okay. Fuck. Ich dachte, man macht was anderes. Okay. Trink. Rad lässt du mir echt Zeit. Rolle. Fuck. No. Uh. Und in den Arsch. Autsch. Ich bin runtergefallen. Ah. Durch den Nebel. Voll konzentriert. Rolle. Da liegen tausend Seelen. Äh, da tausend. Bäm. Bitch. Oh, jetzt ist es aber mit. Ich bin besser attackiert. Aber nicht mich. So. Okay. Das war ein guter Start. Sein Schwanz ist schon mal weg. Auch wenn der nie eine große Bedrohung war. Also. Mich hat er nie damit getroffen. Aber ich glaube, wenn dann ist man hart am Arsch. Ich habe auf jeden Fall schon ordentlich HP gezogen. So. Na. Das läuft bisher ganz gut. Fuck. Das nicht. Alles mit der Ruhe. So. Attacke. Okay. Weg. Autsch. Okay. Ich mache aber wenig Schaden. Das war mit dem Schwert besser. Mit so vielen Treffern mit dem Schwert hätte ich mehr Schaden gemacht. Aber ich komme besser vom Fleck. Dann ist mir scheißegal, wie viele Angriffe ich brauche. Hauptsache ich komme vom Fleck und überlebe. Okay. Das war zu langsam. Ich muss auf ihn zurollen. Ich muss wirklich auf ihn zurollen. Oh fuck. Oh fuck. Das war eine scheiß Idee. Das war eine richtige scheiß Idee. Rolle. Angriff. Weg. Oh fuck. Oh fuck. Hui. Hui. Weg. Hui. Ist der junge Flott unterwegs. Schau mal. Mit Rüstung würde ich das nie hinkriegen. Oh fuck. Oh fuck. Jetzt haut er ab. Okay. Weg. Weg. Oh. Da kommt der zweite. Okay. Jetzt bin ich geliefert. Attacke. Okay. Ich brauche noch einen Drink. Drink. Ist süß gesagt. Okay. 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 So lange war. So waren wir lange nicht mehr unterwegs. Nein. Trink doch. Weg. Okay. Leute. Ich habe es im Blut. Trolle. Fuck. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss. Nein. Okay. Beide auf Half-Life. Beide auf Half-Life. Ich bin der Meinung, das war ein guter Try. So. Rolle. Fresse hau. 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 Was war das? Warum hat das so gut funktioniert? Rolle. Fuck. Rolle. Die Fresse hau. Ich muss jetzt eigentlich weg. Okay. Weg. 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 Wo habe ich ihm gerade böse gegeben? Das hat gerade super funktioniert. Was ist los? Was macht das Ding mehr Schaden? Jetzt gebe ich ihm die übelböseste Kombo. Wow. Was ist los mit dir? René. Okay. Fuck. Jetzt sterbe ich. Nicht so ein Pessimismus. Wir schaffen das. So. Trinken. Das geht nicht weit genug, ihr Opfer. Okay. Vielleicht kann ich einen als Schutzschild nutzen. Was? Was habe ich getan? Ich habe ihn angemackiert. Okay. Was vielleicht nicht schlecht war in der Situation. Trinken? Fuck. Nein. Scheiße. Landen. Sehr super. So. Okay. Das war Bullshit. Ich muss hier weg. Nein. Ah. Das war ein guter Try. Das hat richtig gut funktioniert gerade. Und dann kommt Nina und alles geht kaputt. Aber. Kämpft besser als vor zweieinhalb Stunden. Es ist eine positive Tendenz zu sehen. Na ja. Ja ja. Ja ja Freunde. So. Ro... Okay. Hier beginnt es nicht so gut wie letztes Mal. Okay mein Freund. Komm her. Angriff. Okay. Es ist... Es ist äh. Ja. Okay. Ich nehme mir da mal die Zeit. Grolle. Was ist denn los? Mensch. Kontrast. Grolle. Hier. Die war auch scheiße. Okay. Tschüss. Hat mich gerade hart geowned. Hat regeneriert habe ich. Cool. Hier liegen Seelen. Ja. Er hat anders attackiert zu Beginn als sonst. Äh. Es ist weird. Scheiße. Er attackiert doch nochmal. Ne. Tut doch nicht. Okay. Drei Hits. Schön. Okay. Den bin ich auch gedocht. Den Attacke. Den Move sagen wir. Uiuiui. Das können wir nicht mit mir machen. Haben nicht ausgewichen. Okay. Schön ans Ende der Welt. Er schlägt. Ich hab Zeit. Mittlerweile. Soviel dazu. Ich hab Zeit. Oh scheiße. Jetzt hab ich zwei getrunken. Naja. Fuck. Naja. Die Rolle war viel zu hektisch. War grad ein bisschen paralysiert. Na. Er schlägt gleich. Aber nicht auf. Samar. Wo willst du noch hin? Bis da in Panama ist. Er folgt mit 10.000 Meter. Mensch. Ach man. Wäre dieses Dach länger gewesen. Hätte ich mich noch heilen können. Das war echt kein schlechter Start. Hi. Rolle. Ich hab ihn schon einmal gehintet. Und er mich nicht. Das ist gut. Okay. Und Rolle. Fuck. Zu spät. Okay. Und. Rolle. Warum krieg ich das bei dem Angriff nie hin? Bei dem Angriff krieg ich echt nie hin. ihn. Anzurollen. Anzurollen. Alles klar. Naja. Anzurollen trifft es eigentlich hinzu. Ja. Du machst mich ganz rollig. Attacke. 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 Weg. Das war gut. Weg. Attacke. Angriff. Okay. Rolle. Nein. Zu früh. Egal. Passt. Okay. Okay. Na komm. Ich trau mich. Haha. Mut wurde belohnt. Okay. Hui. Das war ne schwere Attacke. Das wollte ich nicht. Aber hat gepasst. Oh fuck. Das hat Schaden gemacht. Jetzt sind sie zu zweit. Wenn sie sich wenigstens gegenseitig Schaden machen würden. Mit dem scheiß Feuer. Okay. Ich glaub jetzt noch zur Menschlichkeit ging mir. Fuck. Ich wollt gar nicht nen schweren Angriff machen. Hui. 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 Okay. Ich weiß nicht wie schnell er die Menschlichkeit nutzt. Okay. Nein. Jetzt. Jetzt. Okay. Dadurch dass sie jetzt Feuer speien. Kommen sie. Hab ich aber auch. Oh. Okay. Jetzt. Jetzt. Okay. Ich. Mann. Ich hab grad ne Scheiße gebaut. Dass ich nicht die Menschlichkeit sondern Estus nehmen wollte. Brandbomben hab ich immerhin. Ich. 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 Vergesse grad voll. Dass ich auch was anderes nutzen konnte. Meine Stimme verabschiedet sich auf das Gefühl. Oh fuck. Oh es hat funktioniert. Aber wieder so ne schöne Kombo wie vorhin. Und in die Fresse. Und freit sich. Was machen wir hier. Erklärst du mir bitte. Alter. Das wäre eigentlich voll schlau von ihm. Wenn er. Ja. Genau. Hast du gut gemeint oder ne. Das war auf jeden Fall genau das was ich wollte. Ich. Ich. Ich hätte vorhin ne Bombe werfen sollen. Das wäre ja sogar sinnvoll gewesen. Wow. Ich. Muss mir echt Estus da reinwählen. Die Bomben waren glaube ich ne Scheißidee. Vor allem er speit Feuer. Ich glaube er ist resistent gegen Feuer. Recht resistent. Okay. Die Seelen zu holen wäre jetzt auch nicht. So ist einfach. Nein. Mit den Fäusten. Du geisteskranker. Nein. Das. Ach nein. Dieser. Es ist einfach so Panik gerade. Dieser Run ist einfach viel zu Panne. Okay. Oh mein Gott. Dieser Run. Er ist viel zu Panne. Mein Gott. Dieser Run. Wie krieg ich ihn nur hin. Okay. Hi. Grolle. Schaden. Nein. Das war die. Das war der schwere Angriff. Das war ein Fehler. Warte jetzt noch was. Okay. Meh. Es ist einfach immer so unpassend ne. Es ist immer so abgrundtief unpassend. Yes. 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 Jetzt gibt er mir. Okay. Da wollte ich zu viel gerade. Aber wenn du so ne Kombo hast. Es hätte sich gelohnt. Aber. Also dann. Was zu kassieren. Aber. Nicht wenn ich kurz vor dem Aus stehe. Bam. Der Glockenturm. Den haben wir lange nicht mehr gehört. Heute noch gar nicht. Zumindest habe ich ihn nicht wahrgenommen. Rolle. Schlag. 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 Oh meine Seelen. Ich könnte trinken. Scheiße. Scheißidee. 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 Rolle. Schlag. 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 Ich habe mich gedreht extra dafür. Wow. Schlag. Und. Schlag. Schlag. Und. Schlag. Okay. Jetzt muss ich weg. Allein schon wegen dem. Oh. Oh. Fuck. Ah. Ich mache Fortschritte. Das ist was zählt. Ich mache Fortschritte. Wir werden besser. Rolle. Schlag. Rolle. Schlag. Schlag. Keine Ausdauer. Nein. Okay. Ich glaube. Mit einer Hand. Verbinde ich weniger Konditionen. Und zwar so. Mehrweil. Egal. So. 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 Okay. Hinter ihnen. Was auch noch ein bisschen schade gemacht. Oh fuck. Fuck. Der zweite ist schon draußen? Was? Ich nehme mir mal die Sehne. Ich nehme mir mal die Sehne. Ich rolle einfach runter. Ich rolle einfach runter. Ja. Klar. Was sonst? Was macht man denn sonst? Es ist doch selbstverständlich. Natürlich rolle ich da einfach runter. Das ist das. Das passiert ja jedem. Das ist ja. Herrgott. Was zum Fick. Okay. Wir nehmen mal ein Estus. Und dann verteile ich eine richtig, richtig fette Kombo für den Anfang. Was meint ihr? Dodge. Markierung. Schlag. Okay. Fast. Für meine Menschlichkeit. Okay. Vielleicht doch nicht. Es war nicht mehr Menschlichkeit. Es war... Okay. Okay. Ja. Ja. Genau. Schlag. Schlag erstmal dahin. Ja. Hast du das super gemacht. Okay. Wir hauen einfach mal ab. Und gönnen uns ein bisschen Estus. Kleiner Drink. So. Bam. Und... Fuck. Zweiter hat nicht gereicht. Das war ein geiler Dodge. Habe ich wunderschön gemacht. Ich habe immer das Gefühl, die Krummung des Daches... Die Krummung des Daches, sie hilft mir eigentlich. Ist mir erst jetzt aufgefallen eigentlich. Könnte man das... Irgendwie gezielt nutzen? So. Jetzt ne Kombo. Nein. Schade. Das war ein geiler Schlag von ihm. Ach warte. Ich würd nicht... Gern, wenn er das hier tut, zu ihm. Ich würd, wenn er das hier tut. So. Wenn ich ihm jetzt ne böse Kombo gebe, dann krieg ich von hinten etwas. Das ist ein Problem. Deshalb würde ich das lieber woanders ganz gerne machen. Tschüss. Okay. Aber erstmal ein Drink. Und die Seelen. Okay, scheiß auf die Seelen. Okay. Das habe ich anders angeschätzt. Scheiß doch auf die Seelen. Herrgott, das sind irgendwie... viel zu wenige. Vielleicht sogar Null. Okay. Da habe ich ihn natürlich super gedodged gerade. Klappe. So. Jetzt... geht's... Oh fuck. Jetzt geht's für mich aufs Maul. Oh! Ah! Ah! Ich sag's dir. Das Ring... Dieser scheiß Ring... rettet mir das Leben. Okay? Ah! Ah! Okay. Er rettet mir sowas von das Leben. Ich darf mich hier nicht einquetschen lassen. Trinken. Und... verpissen. Ich muss einen kriegen. Warte, ich bin zu... Ah! Ah! Nein! 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 Nicht schon wieder! Okay! Menschlichkeit? Huh! Okay! Das hat mir mehr gebracht. Okay. Weg! Leute! Ich glaube daran! Dieser Run is it. er ist es. fuck. dieser run ist es. er ist es. er ist es. er ist es. er ist es einfach. fuck okay menschlichkeit 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 menschlich. lauf doch! lauf! nimm es! nimm es! nimm es! god! fuck! ist das ausgewählt? gut. 2 noch. dieses drecksfeuer. es geht mir so auf die nerven. nee, jetzt ist es. man es war auch wieder knapp. oder weniger. okay. hi! ah! das ging doch ganz gut fit. keine combo aber... so. du warst hinter ihm gerollt hier. au! ich hätte noch einen estus nehmen sollen. idiot. waa! oh! na! ah! fuck! komm! noch in den arsch! schwanz ab! ich muss einen estus nehmen. sofort! ah! oh! oh fuck! nee, vielleicht doch nicht. okay, okay. hat funktioniert. ich... ich... ich sollte verschwinden. ich brauche... ich... ich... okay. okay, weil die menschlichkeit... eigentlich nur ein notfall zum heilen genutzt werden sollte. na gut! äh... war ein notfall. okay! hi! mittlerweile habe ich gar nicht mehr so schiss vor dir am anfang. zumindest weiß ich, was ich machen soll. äh... sind viel dazu. na komm! ich krieg jetzt ne combo. nein! nicht! oh! oh! okay! dann... dann krieg ich keine combo. es... äh... ist okay, mein Freund. ich... ich komm auch ohne combo zu. recht. das... 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 das lief nicht so. ja! pfff! so lief das. aber hey! man stelle sich vor, an einem spiel wie Dark Souls, wo du alle zwei Sekunden stirbst, ladezeiten gegen GTA. will man sich gar nicht vorstellen. was habe ich gerade getan? ich habe ihn getreten. es... das sollte einfach nur meine Verachtung ausdrücken. ich glaube ich habe gerade genau in die falschen Richtungen gedodged. ja! das ist auf jeden Fall ein nicer try, den ich hier ausübe. mach ich natürlich großartig. aber ich geb nicht auf, Leute. ich geb nicht auf. ich geb mir noch ne... Portion Estus. und werde jetzt erschlagen. ne, werde ich nicht. das ist gut. ich geb mir einfach noch ne Portion. das können ich mir. okay. und... ha! und... 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 doch nicht. ah fuck! und... hey! das war die richtige Richtung zu dodgen. warum fliegt der? warum macht der das? wo macht der das? mach auf damit. das ist nämlich unfair! fuck, er macht nochmal. ne? oh! aha! diese Attacke muss ich also angreifen, wenn ich ihn... okay! bei dieser Attacke kann ich ihm gut kommen. fuck! da! da! oi oi oi! jetzt tue ich mich hier ins nichts... naja! okay! das war ne scheiße! ich hätte weiter flüchten müssen. okay! letzter Versuch! mein Estus! volles Leben! rein da! ach! und die sehen direkt vor mir! wunderschön! hi! oh! das war nicht so geplant, aber hat funktioniert! oh fuck! ich sollte jetzt dodgen! na? hinter ihn! so! so! und! fuck! so! und! na fast! okay! ah! ok! ok! ich meinte letzter Try, ne? ok! es sind sogar noch zwei geworden! aber ich habe einen großen Fortschritt! mit so! mit und mit 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 ... mit